Liebe Hans-Meyer! Liebe Hans-Meyer! Liebe Hans-Meyer! Liebe Hans-Meyer, wir machen ein Stück über Fußball. Komm vorbei, es wird richtig toll. Liebe Hans-Meyer! Liebe Hans-Meyer! Bitte kommt zu unserem Stück. Ich kenne dich zwar nicht, aber mein Papa sagt, du bist cool. Lieber Hans-Meyer, wir machen ein Theaterstück über Fußball. Bitte, lies dir mal an. Komm doch an uns den Nürnstück. Komm zu unserem Stück. Lieber Hans-Meyer, bitte kommt zu unserem Stück. Bitte kommt zu unserem Stück. Okay, eins, zwei, drei, lasst ein paar Sekunden Pause. So, mal an uns den Nürnstück. So, mal an uns den Nürnstück. So, mal an uns den Nürnstück. Eins, zwei, drei. So, mal an uns den Nürnstück. Und noch ein Pupenpup. Ja. Sehr schön. Mit Fatty? Mit Fatty? Boah! Boah! Das Ekle! Wie ist das? I! Aus... Aus meiner Hochaufsbildung kommst du denken!